Ja, ich vollidiot hätte auf Aufnahme drücken sollen. Auf jeden Fall, Taura Maske läuft. Bin ich mal gespannt. Oh, sieht das cool aus hier unten. Ah, das sind nur diese Bilder. Okay, Korallen und so ein Kram. Verstehe. Ist aber schön, dass wir jetzt theoretisch unendlich unten bleiben können. Das ergibt uns komplett neue Möglichkeiten. Das gefällt mir sehr. Ja, die Sprachprotokolle brauche ich jetzt nicht zwingend, würde ich sagen. Es ist halt schade, dass es nicht echt ist, sondern dass es wirklich nur Hologramm von Poseidon ist. Ist aber schon cool gemacht. Sie hat nicht da. Bestimmt Poseidons wert. Was? Okay. Aber ein chinesischer Drache als Klein-Statue oder eine Dekoration? Nein, ich will nicht nach oben. Ich will schneller schwimmen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man verschiedene Spiele auf einmal spielt und dementsprechend halt jedes Spiel gefühlt seine eigene Steuerung hat. Da könnte es rausgehen. Und zwar eine Irgendwann ist es irgendwo nicht. Ich muss sein Versteck finden. Wow. Und da muss er wohnst, um. Um mal was dann�段, um sie anzukommen. Kann denn sein. Ich will sie als Ziel markieren. Das ist hier... Ich meine, ist schon... ...schon ziemlich geil. Die Frage ist nur, wie komme ich da am besten vorbei? Am besten unentdeckt. Wenn er da jetzt bleibt, bringt mir das alles nichts. Ich meine, wahrscheinlich das hier. Ja, das rote Licht habe ich doch schon längst gefunden. Ja, das rote Licht. Warum? Kritische Überflutung erkannt. Automatische Ablaufsteuerung offline. Um einen Notfall ablassen auszuführen, müssen die Primär- und Säckowärpumpen manuell zurückgesetzt werden. Das Ablassen kann in der Pumpenwartungsstation ausgelöst werden. Wenn ich das ganze Wasser ablasse, kann ich diese große Maschine aus trockenem Boden bekämpfen. Anscheinend muss ich zuerst ein paar Pumpenknoten zurücksetzen. Ja, die Frage... ...sollte süßig von hier ein Zugriffspunkt zu den ersten Knoten sein. Südlich. Okay. Es wird hier wenigstens... ...erkannt. Jo, ich bin auf jeden Fall mal auf The Lars of Us gespannt. So ein bisschen. Ich werde natürlich Part 2 nicht vor Part 1 spielen. Die Frage ist halt nur, ob wir das auch mal zocken wollen oder nicht. Zweitens... ...bin ich halt auch so ein bisschen auf andere Spiele gespannt. Manchmal, mir haben Kena angespielt. Ähm, das würde ich auf jeden Fall gerne weiterspielen. Weil das schon schön ist. Ach, das ist so ein... ...hatten wir nicht eben einen chinesischen Drachen und jetzt... Ach, stimmt, das war ja Las Vegas. Ich bleibe jetzt erstmal hier ein bisschen versteckt. Da, warum denn nicht? Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich die aktiviert? Sieht schon geil aus mit diesem ganzen Hologramm hier. Also mit einem unendlichen Vorratslager. Ventil. Hat mich das erschreckt. Das war mein eigener Schatten. Oh, das hier klappt. Mann, hatte mich das erschreckt. Ho, 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 ho. Na? Also, wenn das keiner gehört hat. Was ist überhaupt noch funktioniert? Das muss auch so verrostet sein. Ich glaube, das haben sie hier gemacht. Ein bisschen... Um das Licht zu rechtfertigen. Weil ich glaube, ohne Licht wäre es... In dieser Richtung... Muss ich halt nur gucken... Dass ich von den Viechern nicht erwischt werde. Und die Frage ist, wie viele... Das sind. Ich meine, unter Wasser mache ich nicht so viele Geräusche. Ja? Na, schwimmen wir mal los. Komm. Watt. Super geklappt. Super. So, und hier komme ich dann raus. Wunderbar. Nehmen wir einfach mal mit, was wir kriegen können. Autsch. Wollte eigentlich hier rüber springen. In der Hoffnung, dass das klappt, aber... Scheinbar nicht. Aber wie komme ich denn da am besten? Da müsste ich doch eigentlich rüberkommen. Ja, wollte ich schon sagen. Aber ich kann doch eigentlich schon mal... Das machen. Ah, okay, jetzt weiß ich es. Es hätte sich also... Nicht bewegt, wenn ich... Okay, verstehe. Okay, ich habe mich um beide Knoten gekümmert. Jetzt muss ich nur das Notfall ablassen in der Wartungsstation auslösen. Komm ich von da rein oder muss ich da wieder zurück? Ich nehme an, ich muss da wieder zurück. Ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an, ich nehme an... Und mir, na? Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Muss ich nur mal gucken, wie ich da reinkomme. Die Frage ist aber eher... Lass mich die Viecher erstmal nicht entdecken. Ja, das können wir machen. Ich meine, die sind sowieso außerhalb der Sichtweite. Die Frage ist nur... Wo muss ich rein? Ich meine, rotes Licht, klar. Hat man dort aber auch. Anscheinend ist dieses Gebäude zum Teil angestürt. Da komme ich vielleicht rein. Hier. Okay. Mal sehen, wohin das führt. Lauter Grün, Blanz. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich muss eine Konsole für das Notfallablassen finden. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. So. Die Frage ist jetzt, will ich weiter oder will ich mir... Ich glaube, ich bin jetzt in der Wartungsstation. Gut, also ich muss ganz ehrlich sagen, so optisch natürlich sehr geil. Auch die Idee, dass man jetzt hier runter... ... ... ... ... ... ... auf jeden Fall gibt es schon coole Ideen hier dazu ja, ich bin mal gespannt wie das mit den anderen Unterwassersachen wird vor allem würde ich halt auch gerne mal wissen wie lange wie weit wir jetzt schon sind ja aber nicht hier unten ich bin mal trocken ja, ich bin mal gespannt wie das hier ist Super! Ja. Na wenigstens kann ich jetzt mal... Nee, ein bisschen Wasser hast du noch vor dir, Mädchen. Es bringt halt in dem Sinne halt auch irgendwie gerade nichts. Letzter Gang. Wenn ich halt sowieso schwimmen muss. Ja. 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 Joa. Ist natürlich nicht so optimal, wenn wir das ganze Wasser jetzt nicht ablassen konnten. Da kann ich aber jetzt auch nichts zu. Hauptsache, wir können uns um die Maschinen kümmern. Die Frage ist jetzt nur, was ist mit dem... Las Vegas. Die Hologrammes sind ja noch da. Das ist schon mal ganz cool. Das ist schon mal. Das ist aber schön, dass wir uns die Größen... Wie grob passet einen ausgerüsteten Mutstoß im Fähigkeitsbaum an? Und wie? Ich bin kein Freund von diesem Mutstoß, weil man gefühlt den ganzen Scheiß... ...den ganzen Kram machen muss. Ich bin kein Freund von diesem Mutstoß im Fähigkeitsbaum an? Ich bin kein Freund von diesem Mutstoß im Fähigkeitsbaum an? Ich bin kein Freund von diesem Mutstoß im Fähigkeitsbaum an? Ich mach mir hier mal... Das hab ich mir schon fast gedacht. Ich hatte auch nicht vor, großartig was zu benutzen. Sondern einfach mal... Sondern einfach lol So, der ist hinüber. Schwach gegen Feuer. Ja, das war's mit dem Überraschungseffekt, ne? Ich will zwar nichts sagen, aber du brennst. Aua. Aua. Also, ich wäre auf normal oder schwer. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob sie da nicht vielleicht was verwechselt haben. Ähm, schon längst tausendmal gestorben. So, auf jeden Fall. Ah, da hätte ich natürlich auch noch was machen können. So, finde Poseidon. Na, dann wollen wir mal. Gefällt mir nicht, was ich da gerade gehört hab. Das hat sich nämlich irgendwie nach schwerem Geschütz angehört. Habe ich die nicht eben killt? Welch ein Wunder! Komm schon, komm schon. Hey, warst du das? Hast du das Wasser gesenkt? Ja, aber es gibt ein neues Problem. Das Ding ist uns im Weg. Ja, es wird schwierig, eben so an die Glimmer zu kommen. Als die rauflustigen Abenteurer die Bestie sahen, wussten sie, was zu tun war. Was? Bist du verrückt? Sei still. Sie hat uns gerettet. Also gut. Bleibt hier und feuert, wenn ich angreife. Oh mein Gott. Ein bisschen extrem, aber Nope. Herrlich. Auf zu dem Überhaben. Das macht sich ruhig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo gerade? Ich will zwar nichts sagen, aber das ist Wasser. Autsch. . Oh mein Gott. Ist das auch noch ein... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott ist das war. Oh mein Gott. Oh, come on. Oh, man. Ich bin auch gar nicht in richtiger Stimmung oder in richtiger... na, Stimmung schon, aber... Übel, Mübel. Aber ein cooles... Kann ich mich da nicht befreien von? Ich mein, das ist doch nur Wasser. Das ist gar Blut. Na los, meine Herren. Etwas Bewegung. Na dann, Boys. Will ich mal mit den Jungs hier sprechen? Die können ja nur... Von mir ist ja alles plündern, außer Poseidon. Und da gehört Mia. Ja, das stimmt. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen. Nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ich komm klar. Papier komm ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Hof, wenn du uns brauchst. Das werde ich machen, Jungs. Ah, die Eloi, super. Ne, Jungs sind auch nicht schlecht. Die waren okay. Ja, ach. So. Ja, dann auf. So, wo ist denn jetzt Poseidon? Ich kann sowieso nur in eine Richtung. Dann sollte ich mich einfach mal aufmachen und mal die Beine in die Rand nehmen. Kann ich die aufmachen? Ne, ne? Gut. Ist aber keine Konsole, ne? Dann gucken wir mal. Was wird passiert, wenn ich da runterspringe? Ich kann, äh, ich kann es nicht. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben. Ich lass alles auf Standby. Das System kann Jahrzehnte laufen. Vielleicht sogar Jahrhunderte. Es ist mehr als unwahrscheinlich. Doch vielleicht wird es eines Tages jemand diesen Ort wiederfinden und sein Licht und seine Wunden ab äh, Wunder bestaunen. Sein Reichtum der grenzenlosen Möglichkeiten entdecken. Ihn zu seinem eigenen Traum machen. Letztendlich, wenn diese Stadt mir eine zweite Chance äh, wenn diese Stadt mir eine zweite Chance geben, wenn Wasser in einer Wüste fließen kann, ist alles möglich. Äh, okay. Das hätte ich mir vielleicht anhören sollen. Äh, ein Klimaanlagen Code versteckt. Also, was? Also muss hier jemand über den Thermostat-Interface eingeführt haben. Eigentlich ziemlich witzig. Kennst du diese Holo-Werbung für die Höhlenmänner-Review in, äh, im Wodka? Naja, ihre, äh, Ländenschurze sind verschwunden. Das lief fast eine Stunde bevor wir es abgeschaltet haben. Aber Spaß beiseite. Das darf nicht nochmal passieren. Ich hab die Umwelt- und Holo-Systeme geprüft. Okay, da hat sich wohl jemandem Spaß erlaubt. Das ist schön. Super. Da kommt bestimmt wieder irgendwas. Irgendein Arsch kommt mir da dazwischen und versucht irgendwie Stress zu machen. Hab ich recht? System-Neustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Glimmern, die sie verletzen, wettig. Und seine Crew. Schade. Okay, sieht schon cool aus. Wie das funktioniert? Kann mir bitte mal einer erklären? Das ist doch so blöd. Okay. Ich würde jetzt hier nochmal ein bisschen was abgrasen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ey, Lohmäuschen, weißt du das? Die Frage ist jetzt nur... Ach da, ich sollte vielleicht die Treppe nehmen. So ein bisschen mit diesen Neonröhren hier unten und dieser Reklame unten, die so gefühlt am Meerespunkt nicht ganz so leuchtend, aber so ein bisschen erinnert mich das doch an Bioshock. Aber nur ganz vage. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Also hat was. Haben sie cool gemacht. So. Muss da irgendwie hoch. Das ist immer eine gute Frage. Aber hier gibt's nix, ne? Kannst du nicht Licht anmachen oder so? Naja, wir haben auch die Zeit schon überschritten. Bis dann.